Dinge, die ich auf den Tod nicht leiden kann. Sowas. Sowas. Was soll das? Ich meine, ich verstehe es, es gibt solche Sticker. Na, Kamera, willst du? Hast du keinen Bock? Hast du keinen Bock, scharf zu machen? Scheinbar nicht. Wie auch immer, es gibt so Dinger. Ah, jetzt geht's. Na, guck, es klebt schon dran. Normalerweise gehen die super ab, aber wenn die länger lagern, haftet diese Klebeunterseite so dermaßen an den Büchern, dass du die einfach nicht mehr abkriegst. Ich gebe einen Tipp, um den Scheißdreck hier wegzumachen. Manchmal tut ihr damit auch ein bisschen das Buch verunschönern. Also immer aufpassen, dass da vielleicht jetzt gerade keine Zeichnung oder so dahinter ist. Aber wenn keine Zeichnung dahinter ist, sondern nur weiß oder schwarz und so gefutzelt, könnt ihr einfach mit einem Nagellackentferner und so einem kleinen Wattebäuschen oder sowas mit so einem Pad einfach drüber rubbeln und dann geht es sauber und dann habt ihr wieder eine schöne Unterlage. Also sowas finde ich echt zum Reihern. Musste mal jetzt gesagt werden.